So, das war mal eine Mammutaufgabe mit Fischen im Trüben. Aber tatsächlich mit einem erfolgreichen Ergebnis. Es geht, wie man in dem Titel von dem Video schon sehen kann, um die Wegfahrsperre von den T4s und im Grunde genommen von noch einigen anderen alten VW-Modellen. Das Problem ist, dass gerade diese älteren Modelle, die so von Anfang der 90er Jahre gebaut werden, da steigen immer mehr von den Wegfahrsperren aus. Die funktionieren nicht mehr und dann bleibt man liegen. Das Problem ist, dass man entweder das Ganze für extrem viel Geld bei VW noch machen lassen kann, eventuell, aber man gibt auch schon Berichte, dass das irgendwie nicht geht, oder man lässt sich seine Wegfahrsperre von jemandem kodieren, der das kann, was hoch nicht gerade billig ist. Ja, oder was viele machen, ist, die Wegfahrsperre halt einfach rauszunehmen mit so einem China-Chip, den es irgendwie für um die 10 Euro mittlerweile weiterhin in den passenden Auktionshäusern, Ebay und so weiter gibt. Und was man aber eigentlich machen müsste, wenn diese Wegfahrsperre aussteigt, ist, sich eine Spender-Wegfahrsperre zu holen und den Schlüssel, den man hat, an die neue Wegfahrsperre anzulernen. Das Problem ist, dass der Login-Code für diese Wegfahrsperre nicht existiert, weil den niemals jemand irgendwie aufhebt oder sich auf sein Gerät drauf schreibt, den gibt es einfach nicht. Und jetzt halte ich hier die ganze Zeit schon die Kamera auf dieses wunderschöne Konstrukt hier und da kann man jetzt mal sehen, wie man den Code aus diesem ganzen Ding ausliest. Also, das Ganze hat angefangen mit so einer Webseite, die heißt VWBusWiki, wo irgendwie erklärt wird, welche Wegfahrsperrentypen es so gibt. Also, es gibt irgendwie Wegfahrsicherungen der ersten, zweiten und dritten Generation. Hier geht es jetzt um die erste Generation, das sind halt wirklich die, die so bis 95, ich glaube 96 oder so noch verbaut wurden, eventuell auch 97, aber in jedem Fall bis 96, weil ich habe einen VWBus von 96, wo das auf jeden Fall genau noch das Ding ist. Naja, und hier wird so ganz grob erklärt, sozusagen, was man da machen muss, aber vor allem Login-Code auslesen, da steht hier in wenigen Sätzen, dass der Code innerhalb von so einem Mikrocontroller drin ist, den HC05B6, und dass der Login-Code an den Offsets 91 und 92 sowie 93 und 94 abgelegt ist. Also, ich kenne mich ja nun mit Elektrotechnik auch ein bisschen aus, aber das ist wirklich ein bisschen dünn gewesen an Informationen. Also, es war ein Ausgangspunkt für die Recherche, aber sozusagen die Schmallippigkeit auf dieser Seite ist auf jeden Fall kaum zu schlagen. Wahrscheinlich mit der Intention, dass man die Leute nicht dazu motiviert, das selber versuchen rauszufinden, wenn man keine Ahnung hat, aber, naja, wie gesagt, du kannst halt viel Geld für bezahlen, das machen zu lassen, oder du lässt dir die Wegfahrsperre irgendwie, machst du dir die raus und dann ist dein Auto nicht mehr gesichert. Von daher bin ich der Meinung, dass es an der Zeit ist, für diese alten Kisten mal eine vernünftige Anleitung irgendwie zu schreiben, beziehungsweise, also jetzt mal ein Video, aber ich werde es doch nochmal verschriftlichen, wie man diesen Code da ausliest, weil ein nicht gesichertes, also ein Auto, wo die Wegfahrsperre weg ist, das ist ja einfach nochmal weniger gesichert. Und um diesen Code auszulesen, also das, was ich jetzt hier zeige, muss man ja eh an das Auto ran und muss quasi da irgendwie das Wegfahrsicherungsding irgendwie auszubauen. Also, warum das jetzt eventuell die Sicherheit von dem Auto reduzieren sollte, wenn man das weiß, wie das geht, das erschließt sich mir nicht. Zumal, wie gesagt, der neigte Dieb, wenn der wirklich will, dann macht der die Wegfahrsperre, dann überbrückt der die mit einem Chip, den es halt, wie gesagt, bei Ebay für 10 Euro gibt. Und insofern, ja, sollte man seine T4s wahrscheinlich wirklich lieber mit einer, so einer Pedalsicherung sichern. Da gibt es ja irgendwie so ganz nette Lösungen, dass man einfach mit dem Ding nicht wegfahren kann, weil die Pedale quasi blockiert sind. Also die Wegfahrsicherung an und für sich ist nicht besonders ein besonders großer Schutz, aber sie ist schon Schutz gegen, sagen wir mal, jugendliche, so, ja, Spaßfahrer oder so Crashfahrer, wie die ja auch immer mal wieder gibt, ne, die dann so in das Auto einbrechen und das Code schließen, das kann ja nun wirklich jeder mit ein paar Handgriffen. Aber wenn dann halt die Wegfahrsperre drin ist, dann ist halt nichts mit Code schließen, dann geht er halt nicht an der Wagen. So, soviel jetzt mal zur Vorrede und, ja, jetzt zeige ich mal, wie mein Weg irgendwie war, um das rauszufinden. Also ich habe vorher eigentlich mich ein bisschen mit Leuten unterhalten im T4-Forum, die so meinten, man braucht irgendwie was, was man jetzt hier in dem Video, was ich jetzt hier gerade filme, so einen UPA-Programmer, dass man irgendwie auf dieses Gerät kommt und hat sich jetzt aber auch jetzt nicht großartig weiter ausgelassen, wie das gehen soll und in jedem Fall war der Tenor, man müsse diesen Chip, der da drin ist, müsste man auslöten. Und das funktioniert sicherlich auch gut, wenn man das auslötet, denn wenn man ihn auslötet, kann man ihn nämlich in das Ding hier reinmachen, das ist, damit man hier gleich mal sieht, falls ihr euch das besorgt, das wäre der Typ 14. Da steckt man das drin, steckt dann das Ganze in den Programmer und dann ist quasi das gleiche los, wie jetzt hier. Aber man kann es halt eben auch so machen, dass man, naja, wie man es hier sieht, ich gehe das gleich mal Schritt für Schritt durch. Gehen wir erstmal zurück nochmal zu der Webseite, die mich dann eigentlich auf die tatsächliche Lösung gebracht hat. Also hier kann man ja sehen, wie die heißt. Da war so ein bisschen kryptisch im Englisch sozusagen, aber da sozusagen, also besser das als Januscht, aber da musste man auch so ein bisschen Rätsel raten, was das eigentlich heißen soll. In jedem Fall hat man hier diesen Chip gesehen und man hat gesehen, okay, der hat da irgendwie so dran rumgelötet, da scheint ja was zu gehen und dann hat man jetzt hier dieses Diagramm gesehen und genau, und dann hat er hier noch irgendwelche Sachen weggeschnitten. Naja, und ja, also das hätten wir alles mal in Ruhe durchgelesen und dann dachte ich, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Also den, ich hatte mir dieses Ding hier organisiert, also das ist halt das Angebot dieser Programmer, der Preis hier, das stimmt nicht, weil das ist der Preis, wenn man da irgendwie nur so einen Adapter haben will, aber wenn man alles haben will, dann ist das nochmal deutlich teurer. So, nochmal hier, dass man das alles sieht. Also da ist dieser Programmer mit dabei und halt diese komische Platte hier, wo die im Grunde genommen so ein Pinout hat, wo man sozusagen den Pin von dem seriellen Ding quasi mit so Breadboard-Kabeln, Testboard-Kabeln quasi da rausführen kann, um dann an das Gerät anzuführen. Und, ähm, ah, hier, das ist der Preis. Naja, also wie gesagt, da zahlt man ungefähr 30 Euro für und das, was man da bekommt, was man damit theoretisch machen kann, alle, macht ja sowieso keiner was damit, aber sozusagen für ungefähr 30 Euro kriegst du halt diese Dinge. Und, ähm, das Ganze kommt mit einer Software, bei mir war da leider die CD kaputt, dann habe ich da nochmal die Software angefordert über so einen Link. Genau, und dann hat man hier so eine UPA-USB-Device-Programmer. Das Ding öffnen wir jetzt mal. Ähm, sollte man, da ist es, äh, also ich weiß es nicht, ich habe es bei Virus-Total drin geworfen und da hat es auf jeden Fall ausgeschlagen, dass da ein Virus drin ist, deshalb läuft es hier, was ihr gerade seht, das läuft alles in einer Virtual Box. Ähm, da ist es mir, ja, die lösche ich quasi danach wieder und dann, äh, ja, dann ist es mir das eher jahr. So, jetzt öffnet sich dieses Ding hier und, äh, hier sagt er schon, äh, Found-Device, also das Device ist quasi der, den man mit einem USB-Kabel irgendwie an seinen Computer oder Laptop irgendwie anschließt. Und dann muss man hier auf diese kleine, ja, New-Programmer-Page, gehen, ne, und jetzt öffnet sich hier irgendwie so ein Feld und hier muss man jetzt den Chip raussuchen, der dieser Chip eigentlich ist. Und das ist tatsächlich relativ einfach, weil das ist ein Motorola MCU-Chip und das ist hier der HC05 und da hinten der B6, so wie der dann ursprünglich auch in diesem Wiki drin stand. So, und jetzt nochmal konkret, was ich jetzt hier gemacht habe, also sozusagen hier auf dieser Platine, da ist genau von, äh, von Pin 1 bis Pin 10 quasi, ist alles beschriftet, also sieht immer so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ne, und, ähm, und auf dieser, in dieser Skizze, die es da quasi gibt, so, das ist im Grunde genommen, ist das eine Bedienungsanleitung, wie man diesen E-Prom in diesem Programm mal irgendwie so programmiert. Also auf Seite 12 ist es in voller Schönheit, nochmal in voller Größe, diese Diagramm zu sehen, was halt auch auf dieser Webseite, jetzt gehe ich mal nochmal auf die Webseite, was auch auf dieser Webseite hier, äh, abgebildet ist, nur ohne diese blöde, äh, OBD2 Express CO Logo, so dass man das alles schön sehen kann. Naja, und, äh, sozusagen, das hier sind quasi die Pins erklärt, also hier oben diese Ecke, die man, die man da sieht, ja, die ist, ähm, wenn man jetzt hier auf diesen Schiffen, guckt quasi die Ecke oben links, ne, also sozusagen, man guckt so da drauf, das ist quasi die Ecke da oben links. Naja, und jetzt kann man halt hier sehen, P2, P3, P5, P4, P7, ne, 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 also sozusagen, das sind quasi die Pins, die zu dem, zu dieser Schnittstelle hier, an dieser seriellen Schnittstelle gehen. In, äh, da gibt auf dieser Seite von dem Typen, hier weiter unten steht, dass man eventuell noch irgendwas, äh, durch, durchschneiden muss, irgendwie cut hier, irgendwie, da soll man irgendwie so ein Trace irgendwie, also so ein, so eine Leiterbahn kaputt machen. Ähm, ich weiß nicht, warum das bei dem so ist, der meinte, das hätte sonst nicht funktioniert, aber, ey, das muss irgendwie, also das ist insgesamt, das ist eine andere Platine als die. Das ist quasi hier diese VW-Platine, ähm, ähm, und, äh, die sieht halt anders aus, also insgesamt anders aus, und, ähm, ja, kann, also, wenn man das für irgendwas anderes benutzt, dann muss man da vielleicht eventuell irgendwas machen. Ähm, in dem Fall, wo wir, wie ich das gemacht habe, wie man jetzt hier sieht, halt da, wirklich, das einfach nur so angeschlossen. Also, ich bin hier quasi von dem Pinout an die einzelnen Pins ranne gegangen, mit so einem, äh, Mikrocontroller, ja, so eine, so eine Mini-Zange, also, ich habe hier, eine ist hier noch übrig. Ich weiß nicht, ob man das hier einfangen kann. Also, das ist halt hier so eine Zange, wenn man hier hinten drauf drückt, dann kommt hier so eine klitzekleine, ah, man, das Ding, das sticht man sich in den Finger, das ist krass. Dann kommt hier so eine klitzekleine, ja, wie nannte man das, irgendwie Hirschmann-Klemme, in Minimal kommt quasi raus und das ist klein genug und isoliert, also, das Ende hier, sozusagen, da kommt das raus und das Ding hier, das ist, hier ist richtig auch nochmal eine Isolierung drüber, so eine Durchsicht, ja. Und, äh, naja, das ist eine ganz schöne Fummelarbeit, ähm, das, äh, da so dran zu bekommen und um jetzt ehrlich zu sein, hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert, ne, also auch, dass jetzt hier, dass ich da keine Kontakte gebrückt habe oder sonst irgendwelchen, also, ich dachte, ich würde entweder ja keinen Kontakt machen oder, oder irgendwie zwei Kontakte brücken, weil wie man hier sieht, hier sind ja an der einen Stelle sind zwei nebeneinander, an der anderen Stelle sind es sogar drei nebeneinander, aber es funktioniert, also, wie gesagt, als mir das Ding da eine Tabelle rausgeworfen hat, da bin ich ja, ist mein Herz ja, höre ich sprungen, und jetzt mal wieder zurück zu dem, ähm, zu dem Programm, und zwar, ist halt hier, wie gesagt, da ist diese Tabelle, so sieht, äh, quasi das Rohformat von dieser Tabelle aus, und, ähm, jetzt, wie gesagt, alles angeschlossen, genauso wie es quasi sein soll, also, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, zu erklären, also USB-Kabel an das Ding, das dann da mit diesem, an das Teil, dann da die und da, so wie das in der Anleitung steht, quasi alle verbinden, und dann geht man hier auf Read, und dann, wenn ich hier auf Read klicke, klick, dann fängt der da an, rot zu leuchten, und der sagt, fertig, er sagt, erfolgreich quasi ausgelesen, so, da das hier eh bloß ein Spenderteil ist, was ich von Ebay habe, ist mir das Orial, wenn ihr den Code da seht, ähm, weil der Code steht jetzt verschlüsselt, im Grunde genommen schon da, man kann ihn jetzt quasi schon sehen, äh, werde ich auch gleich erklären, wie man den noch umrechnet, hier kann man quasi auch nochmal, also lesen, und nochmal sozusagen verifizieren, dann liest er, liest er den Code im Grunde genommen nochmal aus, und, äh, guckt, ob er, ob sich irgendwas verändert hat, also, das kenne ich so von anderen Chips, wenn man die ausliest, äh, und dann macht man da irgendwas falsch, dann hat man da irgendwelche Interferenzen, und, äh, sozusagen liest er eigentlich Müll aus, und dann sieht man, wenn man quasi zwei Auslesungen macht, dass da, das, das, das B-Male unterschiedliche Dinge bei rauskommen, ja, und, äh, genau, das kann man dann so vergessen, das funktioniert dann ja dann nicht, wenn die Werte nicht gleich sind, aber in dem Fall hat es tatsächlich hingehauen, und, ähm, ja, jetzt erkläre ich erstmal den Wald und Wiesen, äh, sozusagen den Rasenlatscher Weg, wie man das jetzt rausfindet, und zwar braucht man jetzt im Grunde genommen nur einen Taschenrechner, und wie diese Webseite, ähm, schon erzählt hatte, ist der Code an den Offsets 91 und 92 und 93 und 94 abgelegt, ich habe keine Ahnung, was der mit Offset meint, und warum der das so nennt, ich habe das Internet durchgegoogelt, nach Offset, in dem Zusammenhang, da habe ich überhaupt gar nicht gefunden, also, das ist in, äh, in der, in der Zeile mit der, mit der 90, und dann da tatsächlich anstelle, an, das Paar 91 und 92 und 93 und 94, ähm, und das wäre dann hier, also hier ist die Zeile 90, ja, und, äh, und das ist hier quasi, das, äh, das Pärchen 91, das ist das Pärchen 92, das ist das Pärchen 93 und das ist das Pärchen 94, und wie man hier sehen kann, ist tatsächlich, äh, sozusagen, der Code wiederholt sich hier, also das 0618 0618, ja, so, und, ähm, und der liegt in hexadezimaler Form vor, das heißt, wenn man jetzt hier, hier in hexadezimal, ähm, 0618 eingebe, die 0 kann man nicht eingeben, ähm, und rechne das dann um in dezimal, dann bekomme ich hier 1560 raus, und das ist tatsächlich der Code, beziehungsweise mit einer 0 noch vorangestellt, weil der Code 5-stellig ist, ähm, wenn der Wert hier, der in dieser Zeile, der, der da steht, wenn der, ähm, wenn der eine Größe erreicht, dass die Zahl insgesamt, äh, sozusagen, äh, 5-stellig wird, wenn jetzt der Code, sagen wir mal, 55555 wäre, und ich mach den, stell den hier um, dann würde da einen D903 stehen, bei diesem Nachfolgemodell heißt es dann noch, dass man hier irgendwas bytweise flippen muss, weiß ich nicht genau, was das bedeutet, ähm, kann man in so einem anderen Programm aber auf jeden Fall machen, naja, und wie gesagt, den, den Code hier sozusagen, wie gesagt, der wiederholt sich hier, also die, die vier Stellen sozusagen, den gibt man wirklich einfach nur bei Dezimal ein, man gibt also den, äh, Code wirklich hier nur ein, also 0, 6, 1, 8, und haut ihn dann um, und dann hat man das hier das Ganze, so, äh, ja, und das war schon, dann hat man den Code, man hat das ausgelesen, äh, ich hab's mir schon fast gedacht, dass das irgendwie mit einfach nur, äh, Drähte dran halten geht, wenn's irgendwie kompliziert ist, ähm, weil, ich, warum ich mir das vor allem gedacht habe, ist, weil, die, äh, es gibt diverse Anbieter, die einem anbieten, den Code für 25 Euro auszulesen, wenn man ihnen das Gerät schickt, und, äh, dadurch, dass ich selber mit, äh, selbstständigem Geldverdienen Erfahrung habe, wies ich, dass man für keine Dienstleistung 25 Euro nimmt, wenn man da Ewigkeiten in den Chip auslötet, und, äh, die Pads irgendwie, äh, mit, 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 von, von dem Lötzinn befreit, und, äh, also das macht halt keiner, nicht für 25 Euro, und deshalb hatte ich mir das schon gedacht, dass das, äh, mit diesen Kabeln geht, und was ich mal vermute ist, ist, dass die sich, äh, so ein, so ein, Sockel hier noch umgebaut haben, denn das ist jetzt quasi das, was ich als nächstes Mal noch machen werde, dass ich hier, äh, in dieser Tüte da, da war quasi die, da waren diverse, äh, von diesen Dingern drin, mit den Sockeln, da werde ich jetzt mal eine, den ich nicht brauche, also einer, der nicht Typ 14 ist, werde ich quasi mal ablöten, ähm, und dann die Kabel quasi entsprechend da dran löten, und, äh, sozusagen unmittelbar mit der, mit, mit einem, na, wie heißt das, nein, mit so einer, mit dieser Schnittstelle hier verbinden, mit so einem Serial-Port, dass ich, äh, quasi einfach ein Kabel habe, den ich hier quasi eben mal in den Programmer rinstecke, und dann habe ich das Ding hier, und dann kann ich das einfach so verkehrt rum, da so drauf drücken, und dann für den Fall, dass mir mal wieder so was passiert, dann bräuchte ich das quasi einfach nur so drauf drücken, und das Programm anschmeißen, und dann, äh, äh, schmeißt er mir den Code raus, ja, naja, und wenn man das, wenn man das hat, dann würde ich das auch für 25 Euro machen, weil da die Kiste eben mal aufzumachen, das Ding rinzuhalten, den Code auszulesen, das Ganze wieder zusammenzubauen, und, äh, wegzuschicken, das dauert 5 Minuten dann, und da, für 5 Minuten sind das Jude 25 Euro. Ähm, so, genau, und jetzt, äh, kommt noch eine Kleinigkeit hinterher, und zwar, da, ich bin schon seit längerem auf der Suche nach der Lösung zu diesem Problem, und, ähm, sozusagen, da, das gibt noch ein anderes Programm, äh, was Immokiller heißt, was das irgendwo in den Tiefen des Internets gibt, ich weiß ja nicht, weil ich das irgendwie am Ende aufgetan habe, aber das gibt es irgendwie runterzuladen, wenn man da nach googelt, auf irgendwelchen russischen Seiten oder so, dann, äh, gibt es das da, und, ähm, ja, was man halt machen kann, ist, dass man das Ganze dann hier speichert, und zwar als ein BIN-File, und, äh, ja, ich habe es jetzt mir aus, hier schon mal, ähm, äh, hingespeichert als, äh, First Readout Wackimo, und, ähm, dabei überlassen wir es jetzt mal, ne, gespeichert, und, ähm, dann gibt es halt, wie gesagt, diese Programme, und, da, 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 in diese Programme kann man so eine, kann man diese BIN-Datei, ähm, ja, einfach quasi einlesen, so, bumm, und, dann kann man sich, äh, hier die verschiedenen Autotypen raussuchen, die gibt, also, da, weil diese Problematik gibt es ja bei allen möglichen Wegfahrsperren, bei den älteren Autos, naja, in jedem Fall ist es dann, bei dem Programm wäre das dann unter der, unter Waag, diese Siemens-Ding, was man jetzt hier auch erkennt mit HC05, und dann ist hier auch direkt ein Bild abgebildet, ähm, na, also, kommt einem bekannt vor, sieht sehr verdächtig ähnlich aus, zu dem, was hier bei mir vor der Nase liegt, und, ähm, tja, und wenn man dann sagt, auslesen bitte, dann, tata, dann steht da der Code, 0,15, äh, ja, äh, 60, und auch hier ist der quasi in der Zeile, da sieht man es wieder, und wenn man jetzt hier zum Beispiel, ähm, irgendwas verändert, also, man macht jetzt hier, was weiß ich, einen, einen Dora, da, vor die 6, und dann muss man natürlich bei dem anderen Ding, oh, nochmal einen Dora vor die 6 machen, Mann, was hat mich die Zeit gekostet, das rauszufinden, so, und dann drückt man hier nochmal auf Start, dann verändert sich der Code, ne, also, sozusagen, dann, dann sieht man auch, dass das die richtige Stelle ist, also, das ist eindeutig, der, sozusagen, das Auslesen hat 100%ig funktioniert, und das ist definitiv der Code, und, ja, mach ich das mal hier rückgängig, lesen nochmal aus, ja, und da ist der Code, und, ja, mit dem, äh, kann man dann halt endlich, äh, seinen, seinen Schlüssel an, quasi, das neue, die neue Wegfahrsperre anlernen, die man sich jetzt irgendwie besorgt hat, weil das Ding ist, dass so eine, dass diese alte Wegfahrsperre, also diese Module, die landen halt haufenweise auf dem Müll, wenn irgendwelche alten Polos und Dreiergolfs oder sonst was irgendwie, alle sozusagen entsorgt wird, und auf deiner Presse landen, und dann gibt es diese Teile halt wirklich, wie Sand da mehr für 10 Euro, und manchmal weniger irgendwie so, stehen die halt bei Ebay drin, aber man kann halt damit nichts anfangen, solange wie man diesen Login-Code nicht hat, naja, so, also, voll die Arbeit, ne, und, äh, ja, also diese dubiose Software hier, ähm, die ist, äh, laut VirusTotal, ist die auch mit, äh, mit Viren versehen, aber hat auf jeden Fall auch nützliche Informationen, deshalb auch nur in der, äh, in der VirtualBox, äh, verwenden, aber man braucht es halt tatsächlich nicht, zumindestens für diesen konkreten Fall braucht man es nicht, das hat man es quasi eh einmal gesehen, aber tatsächlich, ähm, das Wichtige ist, dieser Wert, der in der Zeile 90 steht, und der sich hier wiederholt, ne, das ist der Wert, den rechnet man in, von Hexadezimal in, ja, in das andere um, und dann ist das so, dann hat man das, so, das war's, das ist, äh, wieder 25 Minuten, ich hoffe, ich konnte euch helfen, ähm, ich hatte eigentlich, bevor ich angefangen habe, geplant, das nochmal in Englisch zu machen, und, ähm, aber jetzt hängt die Schnauze voll, das will ich eigentlich nicht nochmal erklären, vielleicht mach ich nochmal ein Voice-Over für das Englische, aber, ja, für alle, der der deutschen Sprache mächtigen, und die, äh, ja, ein Computer und ein kleines bisschen, äh, Feingefühl haben, sollte das ab jetzt quasi möglich sein, den Code selber auszulesen, also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es, äh, viele andere Leute gibt, die so wahnsinnig sind, wie ich würde das quasi rauszufinden, und überhaupt das zu machen, selbst wenn es hier, man sieht ja, wie, sozusagen, wie, äh, fiddellig das ist, ne, also, naja, aber vielleicht konnte ich ja jemandem helfen, oder beziehungsweise, vielleicht, ähm, konnte ich auch jemandem, äh, dabei helfen zu verstehen, was da für eine Arbeit dahinter steckt, ähm, und dann schätzt man ja vielleicht auch die Dienstleistung mehr, wenn man das Ding wegschickt, ähm, und den Code irgendwie auslesen lässt, weil, wer auch immer, äh, sozusagen, da euch den Code ausliest, der hat sich auch die Arbeit mal gemacht, das alles rauszufinden, hat es leider nicht veröffentlicht, aber naja, so ist es, und, ähm, hat sich auch die Mühe gemacht, hier irgendwelche Kabel zu bauen, und so, und, äh, naja, und, äh, dafür sind die 25 Euro echt auch okay, also, ne, entweder ihr macht das selber, gebt irgendwie 30 Euro aus, äh, und habt ein bisschen graue Haare, und, ähm, kriegt es aber irgendwie selber hin, oder ihr nehmt das gleiche Geld in die Hand, und lasst das, äh, machen, und dann wisst ihr quasi genau, was da passiert. Nun ja, äh, das war's, äh, wie gesagt, die Coffee konnte helfen, bin noch nicht sicher, in welchem Rahmen, das überhaupt alles zur Veröffentlichung findet, ich werde auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Anleitung, äh, und, äh, unten in die Videobeschreibung dann nochmal den Link zu der Anleitung posten, ja, naja, dann, äh, gute Weiterfahrt, und möge euer Auto nicht geklaut werden, sondern dank weiter funktionierender Wegfahrsperre, äh, vor den zumindestens spontanen Dieben gesichert seien. Ich will das mal wieder sehen, wie gesagt, und sie werden das wie gesagt, wie gesagt, wenn man den das, was da ist, Vielen Dank.